moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgefahren nicht der weisheit letzter schluss dieses mal geht es um open snitch eine personal firewall ja ihr habt richtig gehört eine personal firewall das ist so eine software kategorie die so ein bisschen aus der mode gekommen ist also das letzte mal habe ich wirklich eine personal firewall unter windows 98 verwendet ja gucken wir uns mal an was das ganze so macht was das überhaupt so soll und open snitch halt wenn ihr jetzt mit open snitch oder einer personal firewall erstmal überhaupt nichts anfangen könnt dann seid ihr wahrscheinlich nicht alleine das ganze dient erstmal der interaktiven filterung von ausgehenden verbindungen also jedes mal wenn irgendein programm eine verbindung aufbauen möchte übers netzwerk dann bekommt ihr so eine meldung durch open snitch und da wird danach gefragt ja das programm hier versucht folgendes sollen wir das jetzt erlauben oder nicht also das ist dieser interaktive modus der mich besonders interessiert hat hintergrund dabei ist dass ich für ki anwendungen die ich auf meinem lokalen system ausführe gerne mal wissen wollte ob die vielleicht doch nach hause telefonieren ob da irgendwelche daten abhanden kommen oder sowas und da habe ich mich daran erinnert ja früher gab es doch schon mal sowas weil man anwendungen irgendwie nicht so richtig vertraut hat eben eine personal firewall und sowas gibt es auch für linux eben in form von open snitch macht auch sein dass es andere systeme dafür gibt ihr das auch können aber das habe ich erstmal so gefunden und irgendwie sieht es ganz gut aus habe ich jetzt seit ein paar wochen in betrieb und insgesamt ist mir jetzt nichts wirklich gravierendes aufgefallen also eigentlich verbindungen werden aufgebaut genauso wie ich sie auch vermutet dass sie sein soll vom allgemeinen noch mal wieder zurück zu open snitch man kann damit systemweit werbung tracker malware domains und sonstige domains ja verbieten und damit da keine verbindung aufgebaut werden kann man kann auch so listen pflegen dass man domains hat den man vertraut anderen eben nicht und open snitch sorgt dann dafür dass verbindungen eben nicht aufgebaut werden bzw denn aufgebaut werden open snitch hat einen demon teil der im hintergrund läuft der über nf tables diese firewall regeln dynamisch anpasst und eine grafische oberfläche und über diese oberfläche kann man so eingaberichtlinien festlegen dass auch eingehender traffic ins system gefiltert wird bzw geblockt wird vor einzelne dienste kann man auch festlegen dass man die erlauben möchte bzw verweigern möchte dass die überhaupt eine netzwerkverbindung aufbauen oder das eingehende verbindung angenommen werden oder ausgehende erlaubt werden oder eben auch nicht man soll sogar über open snitch mehrere knoten verwalten können über diese oberfläche habe ich nicht ausprobiert hat mich eigentlich auch nicht interessiert also mich hat insgesamt wirklich bloß dieser erste punkt interaktive filterung ausgehender verbindungen interessiert und diese anderen sachen habe ich mir nicht so wirklich angeguckt das ist mehr oder weniger so dieser werbetext der bei open snitch so steht das könnt ihr gerne mal selbst ausprobieren das werde ich in dem video nicht zeigen genauso wie diese 7 integration da musste ich erst mal gucken was ist das überhaupt letztendlich steht das für security information and event management damit kann man eine echtzeitsanalyse von sicherheitsalarm betreiben und dann gucken wir anwendungen versuchen auf netzwerke zuzugreifen also letztendlich dass hier filterung und regelsatz aufstellen und so weiter und dafür gibt es ein ja ein begriff das heißt dann halt sieben kannte ich vorher nicht aber habe ich dann mal nachgeschlagen und hier kurz zusammengefasst also sehr kurz zusammengefasst das ist eigentlich eher ein umfangreicheres thema aber darum soll es ja auch nicht gehen wenn euch open snitch interessieren sollte guckt einfach auf die projektseite bei github da gibt es einmal debian pakete die wir gleich mal installieren werden und da gibt es weitere informationen dokumentation dazu wie dinge funktionieren wie man die noch anpassen kann für diverse zwecke wenn euch das neugierig gemacht hat dann guckt da einfach mal vorbei kommen wir zur installation von der github seite unter den releases also den veröffentlichungen gibt es pakete für verschiedene distributionen im debian paketformat könnt ihr die pakete runterladen die unter debian ubuntu und linux mint installieren könnt es gibt auch rpm pakete für die red hat basierten distributionen die habe ich mir allerdings nicht angeguckt habe ich auch nicht im betrieb aber falls ihr irgendeine rpm basierte distributionen verwendet guckt einfach mal auf der webseite nach ja wir haben zwei pakete einmal ein demon paket und einmal das gui paket für die grafische oberfläche die brauchen wir beide und die installieren wir über apt also den paket manager unter debian ubuntu und linux mint dann install ist das kommando zum installieren von paketen und dann haben wir hier einmal das open snitch irgendwas da steht denn die versionsnummer anstelle von dem sternchen das wird automatisch durch system aufgelöst dass dieser name vervollständigt wird und punkt deb ist die endung für debian paket dateien und für die grafische oberfläche gibt es das denn auch wieder da wird durch das sternchen auch wiederum die versionsnummer eingesetzt je nachdem wie das paket heißt und dann werden diese beiden komponenten und abhängigkeiten im system installiert so dass das prinzipiell alles sofort funktionieren sollte prinzipiell deswegen weil es sein kann dass es nicht sofort funktioniert ich habe das unter dem debian 12 gemacht dagegen das sofort ohne irgendwelche probleme ohne dass ich dann noch irgendwie was nach installieren musste da hat es funktioniert ich habe jetzt gelesen in diesen veröffentlichung hinweisen da solltet ihr auch wirklich mal reingucken da steht denn drin dass es unter dem ubuntu 22 04 und linux mint 21 nicht wirklich funktionieren soll der grund ist eine bibliothek diese grp cio ja die ist veraltet in ubuntu 22 04 im neueren ubuntu irgendwie 23 05 soll das funktionieren meine ich mich zu erinnern aber unter dem ubuntu 22 04 und linux mit 21 müsst ihr über pip das aktualisieren also der installiert ja quasi am system vorbei eine neue version von diesem dingsbums hier das werden wir wahrscheinlich gleich einmal machen müssen denn ich probiere das gleich auch noch mal in der virtuellen maschine mit linux mit 21 aus und was anderes was auch eventuell nicht immer funktioniert ist dass dieser demon der im hintergrund läuft und die firewall umkonfiguriert auch nicht immer automatisch starten soll unter debian 12 funktioniert aber vielleicht sehen wir es gleich dass es unter dem linux mint 21 doch nicht geht wenn das bei euch der fall sein sollte dann nehmt ihr systemctl also von systemd für dieses alles und nichts verwaltungssystem da aktiviert ihr open snitch diesen service der im hintergrund läuft einmal über enable und über dieses startkommando startet ihr diesen service sofort und dann sollte eigentlich alles soweit funktionieren jedenfalls soweit sagen dass diese veröffentlichungshinweise und wie gesagt unter debian 12 hat es einfach ohne das hier und ohne das hier funktioniert jetzt gucken wir uns wirklich einmal das an wie es unter linux mint 21 aussieht da bin ich jetzt auch unter linux mint 21 jetzt mal so ein passendes herbst thema obwohl bei uns ist im moment eher feucht da sieht es denn nicht so schön aus das hier ist denn die projektseite von open snitch da steht dann so ein bisschen was drüber drauf also key features hatte ich schon mal vorgestellt und wir kriegen ja auch so einen ersten eindruck von dieser oberfläche interessant wird es denn natürlich bei download da gehen wir da auf releases drauf und diese installations anweisung die ich da auch schon in meiner folie drin hatte das ist genau das hier also einmal auf releases drauf gehen und dann haben wir hier einmal den dienen teil also dieser service der im hintergrund läuft da gibt es hier diese debian paket datei und dann haben wir hier unten die debian paket datei für die grafische oberfläche das laden wir beides einmal runter und wenn wir das gemacht haben können wir dann gucken wie groß das ganze ist also einmal open snitch der demon im hintergrund gepackt in dem debian paket format sind das 3,5 mb und dann haben wir noch die oberfläche die ist gepackt plus 345 kilobyte groß schon mal angenehm klein das ganze wenn wir das ganze jetzt auch wirklich installieren wollen dann nehmen wir das von der webseite beziehungsweise aus meinen folien sudo sorgt dafür dass wir unter so einem ubuntu beziehungsweise linux mint root rechte bekommen die brauchen wir um pakete installieren zu dürfen also das ist der administrator von dem system und installieren von software geht eben bloß mit administrator rechten einmal enter drücken dann mein passwort eingeben und dann kommt hier noch so eine übersicht welche pakete noch zusätzlich installiert werden also das sind jetzt hier diese pakete die werden gebraucht für die grafische oberfläche und für die firewall also net filter das kommt auch mit rein mehr grafisches zeugs und so weiter und dann wähle ich j und drücke return werden pakete runtergeladen direkt aus dem repository von ubuntu in meinem fall hier und diese anderen beiden pakete die kamen direkt aus meinem verzeichnis wo ich die debian paket dateien von opensnitch runtergeladen habe also diese fehlermeldung hier am ende die finde ich so ein bisschen irritierend andererseits habe ich gerade mal nachgeguckt also opensnitch und die grafische oberfläche wurden installiert also die beiden pakete wurden installiert also von daher verstehe ich es an der stelle nicht ganz bei debian hat es einfach so funktioniert wenn ich jetzt mal gucke opensn habe ich auch ein icon drin und mal schauen ob das klappt nee das funktioniert nicht genauso wie eigentlich erwartet wie es auch in diesen veröffentlichungshinweisen drin stand denn wir müssen jetzt noch ein bisschen was nach installieren also oder vielmehr eine neuere version von dem paket dieses grp ceo müssen wir nach installieren beziehungsweise wir umgehen den paket manager den apt und machen das über pip den python paket manager so mal gucken ob das jetzt funktioniert ob wir jetzt hier open opensnitch jetzt starten können und mal gucken was wir da haben installen ok gut müssen wir noch was dazu installieren stand jetzt so nicht in der doku drin die ich gesehen habe aber so machen wir das mal direkt live nächste runde open snitch running sagt er hier also eigentlich sollte hier so ein icon erscheinen tut es aber irgendwie nicht und gucken wir mal gucken wir mal was da läuft also es läuft irgendwie die oberfläche aber sie wird nicht angezeigt darum beende ich die jetzt mal so zwangsweise mal gucken ja genau also jetzt sind da auch diese diese drei zusätzlichen punkte wieder weg und wenn ich das jetzt noch mal probiere zu starten aha genau das wollte ich sehen also man braucht wirklich noch hier dieses zusätzliche paket dieses python paket ja das werde ich dann gleich mal ergänzen in den folien wir haben das ganze auch auf deutsch also nicht so wie wir das gesehen hatten auf dieser webseite also rust desk das haben wir mal in der live sendung ausprobiert das ist immer noch hier in der vm drin da kann man jetzt entscheiden innerhalb einer gewissen zeit ob da ein zugriff stattfinden soll oder nicht und da sehen wir jetzt gleich systemd resolve d möchte mit connectivity check ubuntu kommen eine verbindung aufbauen hm nö eigentlich eigentlich möchte ich nicht dass ubuntu weiß ob ich das system jetzt laufen lasse oder nicht von daher habe ich jetzt mal nein gesagt und wenn ich mir das einmal angucken welche ereignisse ich hatte also ich hatte hier zwei ereignisse insgesamt seitdem ich es gestartet habe einmal hier das systemd system resolve d also die es irgendwie will nach hause telefonieren und rust desk habe ich beides mal deny gesagt also zugriff nicht erlauben als nächstes möchte der ntpd also der demon für die zeit synchronisation nachfragen wie ist die uhrzeit damit meine uhrzeit hier genau abgeglichen wird und dem habe ich das jetzt mal erlaubt also da habe ich jetzt hier so eine allow also eine erlaube regel drin für den hier und der systemd resolve d da versucht er jetzt wieder nachzufragen vielleicht jetzt für was anderes mag natürlich sein und dass ich jetzt gerade überhaupt keine internetverbindung habe weil ich mir meinen dns resolver damit komplett blockiert habe dann möchte als nächstes der network manager auch eine abfrage machen allerdings an localhost auch wieder hier 53 das ist namensauflösung meine ich dem erlaube ich das auch gerne sonst funktioniert da gar nichts mit dem netzwerk und ich wollte jetzt noch mal probieren ob ich ob ich jetzt meine namensauflösung komplett abgeschossen habe oder also das kann ich sagen das darf er und dann dauert das ein bisschen ja also von da komme ich nicht mehr raus das ist eigentlich auch okay aber man muss es halt wissen das habe ich auf meinem debian system so nicht gehabt aber ich kann jetzt hier gucken welche regeln ich gesetzt habe also ich habe immer temporäre regeln da ist das so ein bisschen gekürzt einmal hier den rust desk also den will ich jetzt wirklich nicht raus lassen aber dem resolve d den muss ich wahrscheinlich ins netz lassen und da sage ich jetzt eben aktion erlauben so und mal schauen ob das jetzt wieder geht die namensauflösung genau also das funktioniert jetzt und ich kann mein server wiederum pingen das ist sehr gut so so ja also ihr habt hier so eine liste mit verschiedenen ja services programmen die nach draußen möchten und da könnt ihr sagen ob ihr aktionen zulassen wollt und wie lange das auch gespeichert werden soll es steht jetzt anti restart also bis ihr den rechner einmal neu startet darum steht es auch hier unter temporär und dann gibt es dauerhaft das überlebt ein neustart wenn wir jetzt möchten dass diese regel hier quasi immer gilt dann kann man ja sagen dauer immer und dann taucht die hier auf und den network manager da möchte ich auch dass das immer drin steht und dass son ping auch immer geht und dass ein ntp auch immer geht und so könnt ihr euch durch das einfache benutzen vom system und immer wieder anpassen von diesen regeln oder beziehungsweise hinzufügen von neuen regeln in opensnitch so einen umfangreichen regelsatz aufbauen und sobald da irgendwie was ist was davon abweicht also so wie awahi das ding möchte ich nicht nach draußen lassen dann weiter sogar hier so dauer immer dann ja habt ihr irgendwann so einen regelsatz an dingen die erwartet und wenn dann sich irgendwas verändert dann kriegt ihr sofort so eine rückmeldung aha das ding möchte jetzt nach draußen das soll aber eigentlich gar nicht naja und so könnt ihr gucken ob irgendwelche programme nach draußen telefonieren auch wenn sie es vielleicht überhaupt nicht sollten ja das war es auch für dieses mal ich hoffe es hat euch geholfen ihr habt vielleicht wieder was neues entdeckt also für mich war es also quasi so ein wieder entdecken dass es sowas gibt dass es auch sowas für linux gibt und es war durchaus interessant mal zu gucken was da so abläuft und quasi immer so eine rückmeldung zu kriegen und dann jedes mal zu entscheiden darf raus darf nicht raus ja ansonsten abonnieren glocke drücken und macht es nach macht es nicht nach und bis dann und